Wir beginnen unsere Reise im Roten Ozean, wo viele, viele gefährliche Haifische schwimmen und wo es sehr, sehr mühsam ist, überhaupt irgendwie Erfolg zu haben, wo Blut fließt sozusagen, wo der Wettbewerb extrem ist. Wir fliehen aus diesem Roten Ozean und begeben uns in den Blauen Ozean. Wie macht man das? Wir müssen uns klar unterscheiden von den anderen. Wie macht man das wiederum, damit man in den schönen Blauen Ozean kommt, wo man seine Ruhe und seinen Frieden hat? Das Erste, reduziere. Man reduziert seine Leistung auf wesentliche Elemente. Hier haben wir ein Beispiel, das ist ein Discounter. Damals angefangen hat der Aldi damit, Regale raus, nur noch Paletten rein. Man reduziert also zum Beispiel die Ladenausstattung auf das Wesentliche, was man wirklich braucht, nämlich im Prinzip nur die Palette und stellt dafür einen anderen Aspekt, nämlich günstige Preise in den Vordergrund. Was kann man noch machen? Kreiere. Hier sehen wir eine ungewöhnliche Kombination, das ist der Cirque du Soleil, der artistische Elemente, Musical-Elemente, Show-Elemente kombiniert mit Zirkus und auch wieder etwas weggelassen hat, nämlich Tiervorführungen. Erhöhe, das heißt betone besonders ein Merkmal, das andere überhaupt nicht betonen. Das habe ich vor vielen Jahren gemacht. Ich habe die Effizienz der Lernmethode betont, während andere zu der Zeit alle die Fachkompetenz ihrer Dozenten betont haben. Wir haben hier Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und die Schulen hier und so, als ob das wichtig wäre für die Leute. Diese Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sind meistens so in ihrer Welt, dass sie die Dinge überhaupt nicht mehr richtig rüberbringen können. Und ich habe damals betont, dass meine Präsentation verständlich ist, dass ich eine besondere Lernmethode habe. Mittlerweile haben einige versucht, das nachzumachen, ohne es zu können. Eliminiere könnte man auch Aldi und andere Discounter hier als Beispiel auflaufen lassen, denn Regale wurden halt eliminiert in der Ausstattung des Ladens. Man kann aber auch, so wie hier, das ist The Body Shop, sagen, eliminiert wurde aller Schnickschnack, der mit Körperpflege und Kosmetik zu tun hat. Die Präsentation in einfachen Plastikdöschen oder Flaschen ohne aufwendige Verpackung. Wenn man mal anderswo schaut, dann hat man ja den Eindruck, dass die Verpackung das Allerwichtigste ist bei der ganzen Sache und dass man hier auch Schönheit und ewige Jugend verspricht. Und das ist alles hier eliminiert worden bei The Body Shop. Auch eine sehr erfolgreiche Idee. Hier ist nochmal alles in der Zusammenfassung. Reduziere, kreiere, erhöhe und oder eliminiere. Alles mit dem Ziel, sich klar von Wettbewerb zu unterscheiden, eben in den blauen Ozean zu gehen. Hier ist nochmal eine Gegenüberstellung. Red Ocean bedeutet, wir müssen uns mit den anderen Haifischen herumschlagen und es fließt Blut. Bei der Blue Ocean Strategie schaffen wir uns einen eigenen neuen Markt, wo wir zunächst mal zumindest konkurrenzlos sind. Wir weichen also der Konkurrenz aus, statt die Konkurrenz schlagen zu wollen. Wir erschließen uns neue Nachfrage, statt uns mit den anderen um die existierende Nachfrage zu schlagen. Und wir hebeln den direkten Zusammenhang zwischen Nutzen und Kosten aus. Dadurch, dass wir etwas Besonderes haben, wie zum Beispiel Cirque du Soleil, ist durchaus hochpreisig, was die Eintrittskarten angeht. Aber das ist den Leuten egal. Da ist also nicht mehr dieser brutale Zusammenhang zwischen Nutzen und Kosten gegeben. Fünf Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.